Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für gefüllte Karottenpuffer mit Spinat. Möhrenpuffer mit Spinat gefüllt sind ein herbstliches Gericht, das leicht und schnell herzustellen ist. Es ist besonders am Abend sehr lecker. Wenn man die Puffer mit sehr heißem Öl herstellt, ist es auch nicht so fettig, wie man im ersten Moment denkt. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 400 Gramm Kartoffeln, vorwiegend festkochend, 100 Gramm Möhren, 2 Zwiebeln, 1 Ei, 3 Esslöffel kernige Haferflocken, Salz, frisch gemahlener, weißer Pfeffer, Öl, 300 Gramm Blattspinat, TK-Ware, 25 Gramm Butter, 200 Gramm Schmelzkäse mit Kräutern. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Schüssel, Pfanne, Kelle Zubereitung Die Möhrenpuffer nach dem Rezept Karottenpuffer zubereiten. Optimal würden 8 Puffer entstehen. Die Puffer in den Backofen geben und warm halten. Den Spinat auftauen lassen. Die zweite Zwiebel pellen und würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Zwiebeln im Ölglasig dünsten. Den Spinat in die Pfanne geben und andünsten lassen. Die Flüssigkeit großzügig verkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer nach der eigenen Meinung abschmecken. Den Käse dazu geben und schmelzen lassen. Vier Puffer auf vorgewärmte Teller geben. Mit dem Spinat belegen. Mit einem weiteren Puffer belegen. Möglichst heiß servieren. Als Beilagen eignen sich Birnenkompott oder frische Birnen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!